Wir haben Marcel Janssen zu Gast bei Talk.dot, der ist auch Ernährungsexperte und Peter hinter der Kamera hat uns jetzt mal Smoothies organisiert und wir müssen rausschmecken, was drin ist. Und wir fangen jetzt an. Aber nicht auf Ex, ne? Ne. Oh ja. Da ist kein Alkohol drin. Rote Beete, Peter? Nein. Orange bei mir? Ja. Ein Punkt für Marcel. Karotte bei mir? Ja. Gott sei Dank, ein Punkt. Nein, stimmt gar nicht. Du hast einen Zettel. Kiwi bei mir? Kiwi, nein. Hä? Zitrone? Nein. Also ich schmecke eigentlich nur Orange. Und Banane? Nein. Du kannst das ja gar nicht. Ne. Du kannst ja gar nichts mit Ernährung. Ne. Also liebe Leute, das wird hier nichts mit diesen Smoothies. Sie erraten nicht Karotte, Ingwer, Leinöl, Avocado, Wassermelone. Haben sie alles nicht erraten. Tut mir leid. Aber wir freuen uns trotzdem. Marcel Jansen bei Talk Talk. Prost, komm. Weg damit. Weg damit.